Hallo meine Lieben, ich dachte mir gerade, weil mir langweilig ist, werde ich euch jetzt meinen Kleiderschrank zeigen und ihn dabei noch ein wenig ausmisten. Und ich wünsche euch dabei viel Spaß. Hier oben habe ich Jeanshosen, Trainerhosen, Taschen und das Pinke da ist so eine aufblasbare, fürs Wasser halt, keine Ahnung wie man das nennt. Ja, dann einen Stock weiter unten habe ich so Jäckchen für den Winter. Dann habe ich Leggings, Jeanshosen. Einen Stock weiter unten habe ich kurze Hosen. Dann T-Shirts mit Ärmel oder ohne. Und hier unten habe ich lange Pullover. Ähm, Jäckchen noch und, ja. Und weiter unten habe ich Schlafsachen, Socken, Unterwäsche, BHs und Bikinis. Genau, und jetzt beginne ich mit Ausmisten. Los geht's. So, also die Jeanshosen, ähm, die lasse ich so, weil ich die noch nicht so lange habe und ich weiß, dass die mir alle passen. Dann die Leggings habe ich auch gerade mal gekauft. Ähm, dann widmen wir uns mal an den warmen Jacken. Genau, so, die zwei Jacken, äh, Reihen habe ich jetzt einfach noch schön wieder reingestellt, weil die behalte ich noch. Dann kommen wir zu dieser Reihe. Da werde ich ganz bestimmt etwas wegschmeißen und sicher schön einsortieren. Genau. So, jetzt zeige ich euch, ähm, wie ich das so alles mache. Also, ich dachte mir, da wir ja jetzt Winter haben, ähm, dass ich... die Sachen vielleicht ein bisschen mehr sortiere, dass ich hier unten mehr Platz habe und mehr Übersicht. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, wie ich das machen kann, dann schreibt es mir doch bitte in die Kommentare, weil nach einer Woche oder nicht mal sieht es wieder genau so aus, wie jetzt. Und, das ist total nervig. Ja. Schreibt es mal bitte in die Kommentare oder stimmt mal beim i ab, ob es bei euch auch so ist. Ich würde wetten, dass es bei jeder Frau so aussieht. Na ja, weiter geht's mit den Hosen. So, das ist jetzt mein Stapel, wie ich sie neu einräumen werde. Und, jetzt geht's zum nächsten Stapel. Das ist ein riesen Unordnung. Ja. So, also, als erstes habe ich dieses Teil. Das ist ein Off-Shoulder. Ähm, das habe ich aber erst gerade gekauft. Und deshalb werde ich es behalten. Dann, dann, habe ich dieses Teil. Das ist hier so offen. Ähm, das ist eigentlich ein mega cooles Teil. Aber, als ich mir letztens pinke Haare gemacht habe, äh, hat es irgendwie gefärbt. Und jetzt habe ich hier so pinke Flecken drauf. Ich muss mal irgendwie schauen, wie ich das wieder rausbekomme. Aber, wenn irgendjemand vielleicht weiß, wie ich die am besten rausbringe, dann könnt ihr mir sie gerne in die Kommentare schreiben. Weil, wie gesagt, das ist mein Lieblingsteil. Und ich will es nicht wegwerfen. Ja. Dann, habe ich hier ein Jumpsuit. Ähm, den kann man ja jetzt nicht mehr wirklich anziehen. Aber, da habe ich auch diesen Sommer neu gekauft. Und, den werde ich auch behalten. Dann, habe ich hier dieses Top. Das habe ich mir mal vor, keine Ahnung, drei Jahren oder so gekauft. Und, ich habe es noch nie angehabt, weil es brauchfrei ist. Und, ich mich dafür schäme. Aber, ich weiß nicht, ob ich es behalten soll oder wegwerfen. Weil, irgendwie finde ich es cool. Weil, man überlegt sich immer, ich bin ja am Abnehmen. Und, wenn es mir dann irgendwann passt, dann, ja, keine Ahnung. Eine schwierige Entscheidung. Dann, habe ich hier ein Kleid. Das werde ich auch behalten. Weil, das mein einziges Kleid ist, das ich besitze. Dann, kommen noch mal zwei Jumpsuit, die genau gleichen, in blau und in grün. Die werde ich auch behalten. So, dann, mache ich jetzt mal weiter und zeige euch, wenn ich den Stapel gemacht habe, das Ergebnis. So, dann kommen wir mal zu den T-Shirts. Da habe ich dieses hier. Das habe ich auch neu. Das werde ich natürlich auch behalten. Das trage ich sehr oft. Dann, dieses hier auch. Dann, dieses hier. Das behalte ich auch. Das wäre. Das wäre. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich weiß nicht, ob ich das behalten soll. Schreibt es mal in die Kommentare. Ich weiß nicht. Ich ziehe sie nie an, aber ich weiß nie, ob ich sie wegwerfen soll. Ich glaube, ich tue sie weg. Ich ziehe sie eh nie an. Ich weiß nicht, ob ich sie wegwerfen soll. Ich schau mal. Ich schau mal in die Kommentare. Ich mache mal weiter und zeige euch das Ergebnis. Jetzt bin ich mit dieser Ebene auch fertig und ich habe einfach immer noch zu viele T-Shirts. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich brauche eindeutig einen größeren Schrank, wenn ich ausziehen werde. Und oben sieht es eben so aus. Dann kommen wir jetzt zu den Pullovers. Da ich jetzt so lange gebraucht habe, bis ich die Pullover sortiert habe, wie ich möchte, habe ich vergessen, sie zu filmen. Und deshalb hier nochmal die Pullover. So meine Lieben, ich bin jetzt fertig. Und das ist mein aufgeräumter Kleiderschrank. Mal schauen, wie lange der so aufgeräumt bleibt. So meine Lieben, das war mein Kleiderschrank, wie ihr vorhin schon gesehen habt. Und ja, tut mir leid, dass ich jetzt gerade so aussehe, aber ich habe total warm bekommen durch das Aufräumen. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt von mir, dann abonniert doch meinen Kanal mit der Glocke, lasst mir ein Like da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!